Haben noch eine Chance Sebastian Vettel glaubt trotz seines immensen Rückstands auf Lewis Hamilton in der WM-Wertung an seine Formel-1-Titel-Chance. 59 Punkte ist der Heppenheim hinter den Briten. Eine nahezu aussichtslose Situation. Für Vettel jedoch kein Grund zur Sorge. Wir haben noch immer eine Chance in diesem Jahr. Das Team ist auf einem guten Weg, wir verbessern uns Rennen für Rennen, sagte Vettel nach seinem Auswegen einer defekten Zündkerze beim Grand Prix von Japan in Sotsuka. Vier Rennen vor dem Saisonende hat der 30-Jährige schon 59 Punkte Rückstand auf Spitzenreite Hamilton von Mercedes. Wir sind schon viel weiter gekommen als die Leute gedacht haben, es gibt also einiges Positives, betonte Vettel. In den letzten drei Rennen fiel er aber zweimal aus.